Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Für jeden Priester ist heute ein ganz besonderer Tag. Das, was ein Priester jeden Tag tut, wenn er die heilige Messe feiert, hat hier am Gründonnerstag seinen Ursprung. Das ist mein Leib, das ist mein Blut, tut dies zu meinem Gedächtnis. Jesus hat an diesem Tag vor seinem Sterben das Sakrament der Eucharistie eingesetzt und seine Apostel damit beauftragt, dies zu feiern. Er hat sie damit zu Priestern geweiht und ihnen die Vollmacht übertragen, die heilige Messe zu zelebrieren. Damit hat das Sakrament der Priesterweihe im Abendmahlssaal seinen Anfang genommen. Das, was ich heute tue, hat vor fast 2000 Jahren, also im Abendmahlssaal, begonnen. Darum ist auch bei dieser heiligen Messe vor den Wandlungsworten der Zusatz zu sprechen und das ist heute. Die Fußwaschung, die an diesem Tag des Verrats, dem letzten Abendmahl vorausgeht, hat Reinigungskarakter. Wir haben im Evangelium gehört, wie Jesus sich erniedrigt hat und den Aposteln die Füße gewaschen hat. Man kann ruhig an die heilige Beichte denken, die der heiligen Kommunion vorausgehen muss, wenn wir uns einer schweren Sünde bewusst sind. Die Fußwaschung war ein Zeichen der Demut und der Erniedrigung. Es ist ein Sklavendienst. Damit hat Jesus ein großes Zeichen der Liebe gesetzt. Es ist eine Liebe, die bis zur Vollendung geht. Es ist die vollkommene Liebe, die nicht einmal Halt macht vor dem eigenen Tod. Es war die Hingabe des eigenen Lebens. Jesus hat uns aufgefordert, es ihm gleich zu tun und auch zu dienen. Wer der Größte sein will, der soll der Diener aller sein. Seht, ich habe euch ein Zeichen gegeben. Liebt einander. Wenn wir uns den heutigen Abend, den Gründonnerstag damals vor Augen halten, dann sehen wir eine unheimliche Dichte. Es ist so viel Wichtiges und Entscheidendes geschehen. Einerseits schenkt sich Jesus ganz in der Eucharistie und er opfert sich hin, zeigt uns damit seine unendliche Liebe und andererseits schweben schon dichte und düstere Wolken über diesen Abend. Es ist erstens also ein heiliger Abend wie zu Weihnachten, könnten wir sagen, weil etwas ganz Heiliges geschah und es ist zweitens ein so unheiliger Abend, weil es der Abend des Verrates ist. Judas ging hinaus und dann heißt es, es war aber Nacht. Er, der Verräter, ist unterwegs zu den hohen Priestern, um Jesus für 30 Silberlinge auszuliefern. Es ist unfassbar und kaum zu verstehen, dass Judas, der ein Apostel war und zum engsten Freundeskreis Jesu gehörte, so eine schwere Sünde begeht. Es ist dies eine große Mahnung an uns alle, die wir uns Christen nennen und Christen heißen. Es kann nur die Bitte immer wieder ausgesprochen werden, lieber Gott, bewahre mich vor Verrat und Sünde. Das war nämlich das große Unglück des Judas. Es war seine Verzweiflung, die ihn in den Selbstmord trieb. Er glaubte nicht, dass Jesus mit ihm barmherzig ist. Und da könnte man fragen, kannte er Jesus so wenig? Wusste er nicht, dass er ihm von Herzen auch verziehen hätte? War er nicht dabei, als Petrus Jesus fragte, wie oft muss man denn verzeihen? Siebenmal? Nein, siebenundsiebzigmal. Immer. Petrus hatte sich gemerkt. Auch er musste bekennen, ich habe gesündigt, schwer gesündigt. Ich habe dich dreimal verleugnet, gesagt, dass ich dich nicht kenne. Doch ich darf es wieder gut machen. Liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt alles. Weide meine Schafe. Wer so bereuen kann, der darf sogar Hirte sein. Und dem vertraue ich sogar meine Herde an. Er wird sogar der Fels, auf den er seine Kirche baut. Der erste Papst. Für uns ist wichtig zu wissen, Jesus wird uns immer verzeihen, wenn wir reumütig zu ihm kommen. Da kann noch so viel schief laufen. Ich kann noch so tief fallen und sündigen. Umkehr ist immer möglich. Das soll am heutigen Tag, an dem einer daran verzweifelt ist, uns ganz fest ins Herz geschrieben werden. Gott ist Liebe und Barmherzigkeit. Wir erkennen es daran, wenn wir in diesen Tagen sein Leiden betrachten, dass er auf sich nahm, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Amen.